Grüß dich und willkommen zurück beim letzten Kassel vom Arbeitsblatt Ähnlichkeit und Winkelfunktionen. Du solltest bereits die Definitionen der Winkelfunktionen kennen, also wie ist der Sinus, wie ist der Cosinus und wie ist der Tangens im rechtwinkligen Dreieck definiert. Außerdem solltest du die Umkehrfunktionen der jeweiligen Winkelfunktionen kennen, also den Arcus Sinus, den Arcus Cosinus und den Arcus Tangens. Und du solltest wissen, dass sie existieren und dass man sie im Prinzip tabellarisch nachschauen kann. Was ist das Ziel für dieses Video? Naja, es ist ein eigenes Übungsvideo und zwar geht es darum, das Gelernte anzuwenden, um einen Winkel mit Hilfe der Winkelfunktionen zu berechnen. Das ist das Kassel und wenn du dich erinnerst, am Arbeitsblatt gibt es weiter oben ein ähnliches Kassel. Da war aber eine Seite gegeben und der Winkel Alpha und man musste eine andere Seite berechnen. Hier schaut die Sache ein bisschen anders aus. Hier haben wir zwei Seiten gegeben, aber keinen einzigen, naja, einen Winkel eigentlich, einen rechten Winkel. Aber Alpha und Beta sind beide nicht gegeben. Wie kann man das jetzt mit Hilfe der Winkelfunktionen berechnen? Überleg dir das und wenn du das nicht sofort weißt, schau dir vielleicht nochmal die Definitionen an, die wir weiter oben am Arbeitsblatt gemacht haben. Ich gebe dir drei Sekunden Zeit, um das Video zu pausieren und danach geht es weiter. So, wie schaut das hier aus? Ich sehe, dass ich den Winkel Alpha, dass ich zum Winkel Alpha zwei Katheten gegeben habe. Also ich habe die Gegenkathete gegeben, das sind die vier Zentimeter und ich habe die Ankathete gegeben, das sind die drei Zentimeter. Und, naja, wir haben hier eine Winkelfunktion, die definiert war als das Verhältnis von diesen beiden Seiten, nämlich den Tangens. Der Tangens von Alpha ist nämlich, wenn du dich erinnerst, die Gegenkathete geteilt durch die Ankathete. Naja, die Gegenkathete in diesem Fall ist einfach vier Zentimeter. Und die Ankathete sind drei Zentimeter. Naja, die Zentimeter kürzen sich weg, also es ist vier Drittel. Daraus folgt, ich kann ja jetzt auf beiden Seiten den Arcus Tangens nehmen davon. Arcus Tangens ist die Umkehrfunktion vom Tangens. Das heißt, wenn ich den Arcus Tangens vom Tangens nehme, dann bleibt mir der Winkel selber über. Ja, also ich berechne quasi von einem Winkel den Tangens und dann von diesem Tangens den ursprünglichen Winkel wieder. Also habe ich dann hier nur Alpha stehen, wenn ich von beiden Seiten den Arcus Tangens nehme. Und auf der rechten Seite, wenn ich hier diese vier Drittel den Arcus Tangens nehme, naja, das schreibe ich einfach mal hin. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann das nicht ausrechnen. Also vielleicht gibt es Leute, die das können, ich kann es nicht. Aber wir haben hier einen Taschenrechner, der quasi diese ganzen Werte eingespeichert hat für uns. Man kann das auch analog machen, wenn man ein Heftel hat, wo alle Werte drinstehen für verschiedene Arcus Tangens Werte. Aber das hat ja heute niemand mehr. Deswegen gebe ich das einfach in meinen Taschenrechner ein. Und dann kommt mir raus, dass Alpha 53,13 Grad haben musste. Das funktioniert deshalb, weil wir wissen, dass es in einem rechtwinkligen Dreieck ist. Ich hoffe, du hast Spaß bei diesem Arbeitsblatt und du hast viel mitgenommen. Danke fürs Zuschauen und bis bald bei einem anderen Arbeitsblatt. Ciao! Ciao!